Guten Abend. Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen an alle, die gekommen sind. Einen herzlichen Dank an die Veranstalterinnen für die Einladung und für das Aufstellen der interessanten Veranstaltungen. Und natürlich ein Dank an die Referentinnen und auch das Publikum, das Lokal, dass alle gekommen sind. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Bemerkungen vorweg schicken. Zum einen zur Entstehung, zum Rahmen der Veranstaltung und zum anderen nochmal zu dem Thema, das wir für den heutigen Abend gestellt haben. Und werde dann an unsere beiden Referentinnen kurz vorstellen und sie werden ihre Worte dazu sagen. Wir werden aber relativ bald auch in eine Diskussion einsteigen, wo vielleicht die einen oder anderen dann auch noch ergänzen können. Genau, Doppelfunktionen der Veranstaltung als erstes vorweg schicken. Wir haben jetzt diese inhaltliche Diskussion. Im Anschluss wird es dann noch ein geselliges Beisammensein geben auf Einladung der Grünen Bildungswerkstatt. Da werde ich dann an die Fanny Müller-Uri nachher nochmal übergeben, die Details dazu sagen wird. Genau, jetzt dieser Teil der Diskussionsveranstaltung. Man kann natürlich die Zeit mit vorweg Schickungen verbringen. Ich möchte es trotzdem, ist mir wichtig zu sagen, es geht heute nicht um eine systematisch vorbereitete, didaktisch aufbereitete Bildungsveranstaltung, wo wir die Funktionsweise der Wiener Stadtentwicklung, Wohnungsmarkt darlegen, erklären. Sondern es geht eher darum, die Idee war so ein relevantes Thema, gesellschaftspolitisch relevantes Thema, sehr aktuell aufzugreifen, um in den Sommer einzusteigen. Wir werden, das Thema ist sehr weitläufig, man kann irrsinnig viele Wissensfragen stellen, wo man dann irgendwie sehr schnell sich fragt, wie funktionieren das, Instrumente, Zahlen. Das werden wir jetzt alles in diesem Rahmen weniger leisten zu versuchen, sondern eher Impulse zu setzen, ein paar relevante Aspekte aus den verschiedenen Perspektiven, die wir hier versammelt haben, zusammentragen, exemplarisch und mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Die Idee sozusagen eher so perspektivisch zu schauen, was gibt dieses Thema her oder was sind überhaupt für Fragen dazu im Raum, wo könnte man weiter diskutieren. Wenn ein wenig Verwirrung entsteht, ist das durchaus nicht unerwünscht, um sozusagen eine Neugier auch vielleicht weiter das Thema in anderen Orten, in anderen Kontexten zu verfolgen. So, das ist erstmal zur Ausgangsmotivation thematisch. Wir haben jetzt, glaube ich, keine gedruckte Einladungskarte da. Ich weiß nicht, wie die Leute hergekommen sind. Wir haben ja diesen Titel der Veranstaltung, der Titel, der eigentlich ein Zitat ist, und zwar ein Zitat, was sozusagen inzwischen auch schon historisch ist. Und bezieht sich dieser Titel, warum steigen die Mieten bloß so hoch, groß geschrieben, war eine Wandbotschaft hier im Bezirk, die inzwischen auch gar nicht mehr existiert. Also sozusagen, und trotzdem ist der Titel ja so sehr catchy, dass wir beschlossen haben, man kann mit ihm trotzdem noch arbeiten. Aber ich würde gerne so ein, zwei Aspekte noch, oder eigentlich drei Aspekte noch vorweg schicken, die sozusagen in diesem Titel angelegt sind. Das erste naheliegend ist dieser Bezug zum Bezirk Ottergring, wo wir uns hier befinden, an diesem Ort, symbolisch. Soho war ein Festival, was eben in diesem Bezirk auch stattgefunden hat. Ottergring, ein Bezirk, in dem man die aktuellen städtischen Entwicklungen sehr konzentriert beobachten kann. Kann man in anderen Bezirken auch, aber so bestimmte Debatten von städtischer Aufwertung, Verdrängung, die sozusagen stadtpolitisch inzwischen diskutiert werden, kann man eben hier sehr gut sich anschauen. Wenn man sich jetzt, sagen wir, die letzten 15 Jahre anschaut, also diejenigen, die ab und zu Zeit verbracht haben hier, wie sah der Ippenplatz im Jahr 2000 aus, da hat sich einiges verändert, es hat sich baulich einiges verändert, die öffentlichen Räume haben sich verändert, Bewohnerinnen kann man jetzt auf den ersten Blick oft nur nachfüllen, wenn man nicht irgendwie andere Formen des Nachforschens findet. Aber was das Konsumangebot angeht, die Lokale, da hat sich ein rapider Wandel bewegt. Wenn man sich die Immobilienanzeigen anschaut, da findet man auch einen ganz anderen Ton als auch noch vor 15 Jahren. Die Instrumente der Stadtpolitik, die im Bezirk angewendet worden sind, da ist irrsinnig viel auch passiert in dieser Zeit. Kulturschaffende Unternehmen, die eben auch sozusagen in dieser Zeit Fakten gesetzt haben, wo eben der Bezirk sich verändert hat. Wie gesagt, Städte verändern sich immer, aber sozusagen hier kann man das bestimmte Sachen relativ schön so als Showcase sich anschauen. Das heißt nicht, dass der Abend über Otter gehen soll, aber es hilft einem oft so, Entwicklungen zu veranschaulichen. Diesen Wandel, der wird immer wieder so salopp irgendwie zusammengefasst zu einem Grätzl, was so irgendwie medial unter einem Ghetto-Verdacht beschrieben wurde. Also da gab es immer wieder so Statements in Medien zu einer Marke, die inzwischen in Hochglanzbroschüren von Immobilienfirmen verwendet wird. Also so der Standortfaktor Brunnenviertel, wenn eben Wohnungen irgendwie auf dem Markt angeboten werden. Also das ist sozusagen eine Veränderung, die, das wäre in den 90er Jahren auch noch nicht so stattgefunden. Und die Frage ist eben, bei solchen Veränderungen, da ist bis dahin ist viel passiert und was ist da passiert, wie ist das passiert und wie wirkt sich das aus sozusagen. Das nehmen wir sozusagen mit in diesen heutigen Abend. Das zweite nur ganz kurz, das möchte ich eigentlich auch nicht als Thema sozusagen in die Mitte stellen, aber bei diesem Titel, den wir haben, sollte das kurz Erwähnung finden, der Bezug zu diesem Kulturfestival Soho. Das war sozusagen die historische Parole, warum steigen die Mieten so hoch, bezog sich auf diese Debatte. Das diskutiert wurde, welche Rolle spielen Kulturschaffende, diese sogenannten Pioniere, die in Stadtteile, die noch nicht so aufgewertet sind, hineingehen bei der Aufwertung von der Baustruktur. Das war eine Debatte, die vor circa fünf bis fünf, sechs, sieben Jahren so relativ stark diskutiert worden ist. Inzwischen ist Soho schon ganz woanders hingezogen, das spielt eigentlich nicht mehr so eine Rolle und es ist auch in den Diskussionen immer klar geworden, man muss sich sehr stark auch die ökonomischen Prozesse anschauen, die zu Veränderungen führen, eben die Rolle von, die Profitabilität von Immobilien, die politischen Prozesse, die eben, die stadtpolitischen Steuerungen, wie eben in Bezirken sich Veränderungen auch angeleitet, gerahmt werden. Genau. Und wenn man sich jetzt draußen die Graffizis anschaut, die Wandsprüche, die haben, da hat sich die Sprache inzwischen auch irgendwie verändert. Man könnte sagen, die Sprache ist harscher geworden. Also das ist sozusagen auch wieder da eine Veränderung beobachtbar. Ja, da hinführend möchte ich zu dem dritten und eigentlich aus meiner Sicht der zentralen thematischen Verbindung, die dieser Titel uns auf den Weg gibt, das ist diese, man kann dieses Graffiti auch als einen Ausdruck einer Repolitisierung von überhaupt generell Wohnungsfragen, beziehungsweise von Stadtpolitik allgemein verstehen. Daran muss man immer wieder erinnern, so wie sich das Mia oder wie wir das mit Kolleginnen immer wieder diskutiert haben, hat sich Wien als eine Stadt dargestellt, in der Fragen von Wohnungsproblemen, von Verdrängung eigentlich überhaupt nicht diskutierbar waren. Also nicht nur, dass sie kein Thema waren, aber es war auch nicht sozusagen keine Debatte führbar mit dem Argument, in Wien ist eh alles okay. Also eben diese historisch besondere Situation der Stadt, das Erbe des Roten Wien, die Gemeindebauten, die Sanfte-Stadt-Erneuerung, die Mietenpolitik, also sozusagen alles Faktoren, die im Vergleich zu anderen Städten sehr hervorstechend sind, die eine besonders, sozusagen wohnungspolitisch besondere Situation schaffen, aber eben sozusagen auch nicht dazu geführt haben, dass man jetzt irgendwie kritisch sich gefragt hat, irgendwie läuft alles immer noch so gut, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und der verweist dann immer an andere Städte. Also München ist ja irgendwie viel, da ist ja der Wohnungsmarkt viel schlimmer, also da geht es uns ja eh noch gut. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Und zugleich eine schleichende Veränderung, eine schleichende, wo man merkt, die Mieten steigen in bestimmten Bereichen. Stadtteile verändern sich so, dass eben Fragen von Leisbergheit sich dann zunehmend schon gestellt haben. Kleinteilig und so in den letzten Jahren kann man verdichten, sich sozusagen Indikatoren, dass die Veränderungen auch etwas zügiger stattfinden. Das kann man dann in kleinteiligen Geschichten, also die Frage ist eben, wie, woran misst man, wie entdeckt man das an der Stadt, dass sich die Lebenswohnbedingungen an der Stadt verändern. Das kann man oft an Nachbarn beobachten oder eben an Zahlen. Und die eine Variante ist sozusagen, sich konkrete Geschichten anzuschauen. Da werden wir vielleicht von Kurt Oven, der in seinem wunderbaren Roman, den wir gleich noch Worte dazu sagen werden, auch so einzelnen Akteurinnen vorstellt, die sozusagen in der agierenden Rolle, aber auch sozusagen in der Rolle derjenigen, die mit den Auswirkungen konfrontiert werden, sozusagen, denen man dann nachgehen kann. Die andere Variante ist, sich empirische Studienzahlen, Fakten anzuschauen. Und da gab es sehr lange relativ wenig Zahlen, die jetzt statt auf ganz Wien bezogen Aussagen erlaubt haben, wie sich die Wohnungssituation, wie sich die Mietenentwicklungen überhaupt verändern. Das hat sich in jüngster Zeit verändert. Damit hat sich unter anderem Mara Werlitsch beschäftigt, die heute Abend da gewesen wäre, aber sich leider entschuldigen musste. Aber sozusagen dieser Aspekt würde auch noch im Raum stehen. Damit kommen wir jetzt gleich zu unseren Referentinnen. Ausgangspunkt wäre nur so etwas, dass ich sagen würde, die These wäre, dass die Wohnungsfrage sich deutlich repolitisiert hat in den letzten Jahren. In der Politik, in den Medien hört man inzwischen deutlich mehr. Also wenn man sozusagen die letzten zwei Jahre anschaut, da wird deutlich öfter über Wohnungsfragen berichtet. Auch nicht nur in den gekauften Immobilienteilen, sozusagen in dem hinteren Teil, sondern auch so als Problem, was irgendwie bearbeitet werden muss. Aber es gibt auch soziale Bewegungen. Also es gibt zunehmend Akteurinnen, Bündnisse, die eben sich mit Fragen beschäftigen, die sich oft mit diesem sozusagen sehr breiten Begriff eines Rechts auf Stadt befassen. Da ist in Wien inzwischen auch einiges geschehen. Überhaupt die Frage, dass Wohnen, Stadtpolitik etwas Politisches sind, dass es mit dem alltäglichen Leben von Menschen zu tun hat, also die Verbindung von gebaute Umwelt und Wohnen, Stadt und eben gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist gekoppelt. Das gesellschaftliche Einfluss, Ausschluss auch über Fragen von Wohnen zum Beispiel verhandelt, hergestellt wird. Das ist nicht erst heute so, das war in allen früheren Jahrhunderten auch so, wo die Leute dann, die ärmeren Leute von innerhalb des Rings in die Vorstädte und dann wieder hinter den Gürtel gedrängt worden sind, aber heute eben auf eine historische, aktuelle Form eben wieder so mit neuer Brisanz. Und das sind eben Themen, wo sich jetzt zunehmend auch Leute mit großer Sorge in Phase damit beschäftigen, was heißt das für auch gesellschaftliche Entwicklungen, Fragen von lebenswerter Stadt und leistbarer Stadt, kann man das verbinden und solche Fragen. Gut, damit bin ich bei unseren Referenten vielleicht noch zusammenfassend. Wir haben eigentlich zwei Fragen, die damit so vielleicht so im Kern dieses Feldes stehen. Das ist alles die Frage des städtischen Raums, Frage von Wohnen sozusagen, die Frage, wie wird es gesellschaftlich bereitgestellt? Da taucht immer wieder der Begriff der Komodifizierung auf. Also ist Wohnraum etwas, was für den Gebrauch der Gesellschaft bereitgestellt wird? Oder ist es eben heute eine Kapitalanlage so, was eben gerade nach der Immobilienkrise ein wichtiges Thema auch geworden ist? Und wie wird es eben politisch hergestellt? Und daran anschließend eben die Frage, was sind konkrete politische Handlungsmöglichkeiten, Strategien? Was sind städtische Kämpfe, die eben in diesem Feld sich versuchen einzuschreiben oder da irgendwie eine Stimme zu artikulieren? So, das war jetzt eine etwas längere Vorrede, auch so ein bisschen mit der Wissen, dass Mara Werlitsch heute nicht da sein kann. Damit komme ich zu unseren Referenten, wo wir sehr froh sind, dass sie da sind. Wir haben als erstes Jutta Sander. Sie ist grüne Gemeinde- und Bezirksrätin, seit 1983 in verschiedenen Funktionen in der Kommunalpolitik aktiv, hat seither auch einen langjährigen Otterkringbezug. Sie wird anfangen, kurz ihre Erfahrungen aus dieser Zeit, was aus ihrer Sicht zentrale Entwicklungen und sozusagen auch politische Herausforderungen im Bereich Stadt, städtisches Leben, städtische Politik sein können, kurz darstellen. Als zweites haben wir Kurt Ovent. Er ist Autor, Medienbeobachter, auch Aktivist. Er hat mehrere Romane geschrieben. Den einen habe ich jetzt eben schon vorhin aufgehalten. Er hat die anderen auch mit dabei. Da empfehle ich ihn nachher selber anzusprechen. Der Juli geht aufs Haus. Ein aktueller Roman erschien 2014, wo er sich mit den Entwicklungen des Wiener Wohnungsmarktes in Romanform befasst. Der Verkauf ist da hinten nachher möglich. Genau, also er wird sich dann selber dazu äußern. Ich gebe jetzt erstmal das Wort an Rüther, Sander und danke. Ja, das ist ein ziemlich breites Thema und ich glaube, es ist fast unmöglich, da nicht irgendwo hinabzuschäufen. Dann wirst du das ja irgendwie eingrenzen oder das Publikum. Genau. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal beim Wohnen anfange, glaube ich, ist in Österreich hauptsächlich oder für Wien ein Problem, dass ein großer Bereich der Gesetzgebung Bundesgesetzgebung ist und wir kennen diese Geschichten dann hier Land, da Bund und dann geht schon in Österreich oft sehr lange nichts mehr weiter. Ich erlebe das jetzt aktiv mindestens seit über 20 Jahren, dass über diese Mietrechtsgesetzgebungen herum diskutiert wird, aber eigentlich nicht wirklich etwas so verändert wird, dass es jenen hilft, die ja aufs Geld schauen müssen und ich denke, es sind schon sehr viele Leute wahnsinnig hoch. Der Wohnungsmarkt ist ziemlich eng, die Wohnpreise, also die Mietpreise sind ziemlich überhitzt und es ist ja auch so, dass es sehr viele Anlagewohnungen gibt, also wo halt irgendwelche Firmen aus Zypern oder irgendwo sehr viele Wohnungen besitzen, wo es dann eigentlich hauptsächlich um das Kalkulieren und Spekulieren geht, aber es geht nicht darum, dass da Leute drinnen wirklich wohnen. Ich habe auch ziemlich lange im 8. Bezirk in der Bezirksverstörung gearbeitet und da gab es zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, da gab es mehrere Wohnhäuser im 8., die waren einfach leer, weil die Besitzer nicht interessiert hat, dass sie die überhaupt besiedeln, das wäre nicht nur Kosten gebracht, oder weil die Leute diese Mieten, die sie verlangt haben, einfach nicht bezahlt haben. Ich denke mal, das ist eigentlich, kann es in einer Stadt wie Wien nicht so sein, dass Wohnen dann so privat ist, dass andere einfach ausgeschlossen sind. Zu den Gemeindewohnungen, die ja in Wien so gern so hoch gehalten werden, ja, 220.000 und so, wissen wir aber ganz genau, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Bauen ja mehr oder weniger eingestellt wurde, dass man dann lange Jahre verabseimt hat, überhaupt entsprechende, selbst bewilligte Bauten sind nicht begonnen worden, es hat sich alles sehr geschleppt und jetzt weiß man eigentlich, dass man ca. 8.000 Wohnungen pro Jahr auf die Beine stellen muss, damit die Wohnraumversorgung im entsprechenden Ausmaß gegeben ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sehr viele kleine Wohnungen, und wenn wir uns da umschauen, in diesen Häusern, hat es überall mal sehr, sehr kleine Wohnungen gegeben, wo viele zusammengelegt worden sind. Also es geht nicht nur um den Bevölkerungszulag, sondern es geht auch um die Wohnraumgröße und es geht auch darum, dass sehr viele Single-Haushalte existieren. Also insofern benötigt das alles noch mehr Wohnungen, als wenn man es nur normal mit Familien hochrechnen würde. Ja, es ist auch sehr schwierig für viele Leute, gescheite Wohnungen zu bekommen, weil natürlich das Einkommen viel zu gering ist, die Familien vielleicht auch zu groß sind, um dann eben noch Geld für eine entsprechende Wohnung aufzustellen. Und ja, man muss ja eine gewisse Summe verdienen, um im geförderten Wohnbau die Möglichkeit zu haben. Wenn man zu wenig verdient, kann man eine geförderte Wohnung auch nicht haben. Und dann muss man sich sozusagen mit den nicht mehr wie in früheren Jahren vorhandenen, aber doch existenten Mietteilen auseinandersetzen. Und lebt dann in Wohnungen. Ich glaube, viele glauben gar nicht, welche Wohnungen, also von welcher schlechten Qualität in Wien existieren und vermietet werden. Und ich habe da vor einer deutelange Zeit an Migranten besucht. Ich muss sagen, ich habe vorher nicht gedacht, dass es solche Häuser gibt und ich habe vorher nicht gedacht, dass es noch solche Wohnungen gibt. Also, das existiert vieles noch so wie, da ist einfach 60 Jahre lang gar nichts geschehen. Es ist jetzt natürlich eine Frage der Stadtplanung, an die Sache richtig heranzugehen. Man muss schauen, wie bleibt der Grund möglichst auch später verfügbar. Das heißt, es gibt ja von den Grünen im Gemeinderat jetzt einen sehr großen Druck darauf, dass nicht einfach alles verkauft wird, was irgendwie zu Geld gemacht werden kann. Ich weiß nicht, ein Budget zu sanieren oder, ich weiß nicht, keine Ahnung, es wird ein Bürohaus nach Transdanubien verlegt und dann wird man den Grund schon teuer verkaufen. Also, ich meine, es geht eigentlich darum, dass man diese Grundverkäufe nicht mehr so tätigt, sondern dass man schaut, dass es eben dann Pachtungen gibt. Was wir alle kennen ist der Pachtgarten. Das Stiftkloster Neuburg ist vielen Leuten ein großer Begriff. Die sind riesengroße Grundstücksbesitzer. Die Leute haben trotzdem auf ihren Pachtgründen ihre privaten Häuser stehen. Keiner muss deswegen ausziehen. Also, ich meine, man sieht auch in einer Stadt, wo die Leute sagen, ja, da kann ich ja nichts hinbauen, wenn das mein Pachtgrund ist. Nein, es funktioniert ja auch. Und 100 Jahre für ein Haus ist laut heutiger Bauplanung eine vertretbare Sache. Also, da gibt es Verhandlungen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist, aber ich kenne das eben aus unseren Diskussionen intern. Das heißt, man muss einfach ganz anders denken, was Grund und Boden betrifft, weil eine Stadt muss ja auch disponieren können. Was verkauft ist, da kann ich nicht mehr disponieren. Weg ist weg. Und dann sieht man ja, was in den letzten Jahren, ganz besonders so kurz zwischen 2000 und 2006, ist einfach sehr viel verkauft worden, was man heute nicht mehr in irgendeine Richtung lenken kann, weil es jetzt wer andere hat. Wenn ich jetzt da auf dieses Gebiet da noch kurz eingehen darf. Hier haben wir jetzt den Ippenplatz und der Brunnenmarkt, der renoviert wurde. Wir haben da hinten die Ottergringer Straße, die in einem sehr vorbildhaften Bürgerinnenbeteiligungsverfahren zu dem geworden ist, was es ist. Ich muss persönlich sagen, ich bin sehr glücklich, dass es so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Sicher gibt es den einen oder die anderen, die sagen, das hätte man ein bisschen so oder ein bisschen so vorgestellt. Aber ich habe die Diskussionen fast alle miterlebt und ich glaube, es ist ein ziemlich guter Kompromiss daraus geworden. Es schaut jetzt anders aus. Es ist als Radlfeuerin, sage ich jetzt, sehr viel besser. Die Straßenbahn steckt stattdaraus jetzt immer noch. Das muss ich schon gestehen. Aber dieser Relaunch hat diese Straße sehr gut getan. Und ich glaube, das Wohngefühl auch am Gehsteig, dass jemand versucht hat, die Gehsteige so zu machen, dass die Gastwirte und die Gehsteignützer zurechtkommen. Und man sieht daran, das Reden und diese Verfahren, die bringen was. Und nicht zuletzt ist sehr viel EU-Geld hineingeflossen, dass dieses Projekt so fertiggestellt werden konnte. Auch beim Markt war es ähnlich. Also da gab es zwar keinen, die Marktstandler waren schon beteiligt, die Bürger nicht. Und man kann natürlich sagen, wir haben die Standl früher besser gefahren. Aber ich glaube, ein Markt, der ohne Wasser und Strom, ohne Fließwasser und Strom existiert, im 20. ist einfach vorsehend flutlich. Da braucht man nicht irgendwie Altes so wunderbar finden. Außerdem noch eine kleine Episode am Rande. Da haben wir den Ippenplatz. Da war ungefähr um das Jahr 2000, so ganz genau habe ich es nicht herausfinden können, war da geplant, dass man statt dem Ippen, dem Großhandel, der jetzt ja schon sehr viel, nicht mehr Großhandel, sondern Gastronomie ist, da war gedacht, dass man den störenden Großhandel so begegnet, dass man ein Haus aufstellt auf diesem Platz, dass auf der einen Seite eine Lkw-Auffahrt ist, auf der anderen eine Lkw-Auffahrt ist und unten werden die Lkw-Auffahrt entladen und oben entsteht ein großes Wohnhaus. Das wäre dann jetzt da in der Mitte gestanden und der positive Nebeneffekt von dem Wohnhaus hätte sein sollen, dass man während die Häuser rundherum in einer Art Generalsanierung, je nachdem, wie die Eigentümer das halt gewollt haben, zugeführt werden, dass die Leute in der Zwischenzeit in diesem Haus hätten wohnen können, bis es dann so weit aus gewesen wäre und das Wohnhaus besiedelt worden wäre. Da gab es aber einen großen Aufstand, weil einfach diese Platzstruktur erhalten werden sollte und ich denke, es ist auch wichtig, dass eine Stadt wie Wien hat für mich eh viel zu wenig Plätze, die Straßen sind zum Teil sehr eng, dass man auch noch Platz hat und es leben ja in der Gegend da sehr viele Leute, die haben kleine Wohnungen, vielleicht mehrere Kinder oder auch Erwachsene wollen sich mal draußen hinsetzen und ich denke, der Ippenplatz ist das Wohnzimmer, nicht nur der Ippenplatz, aber hier ist es der Ippenplatz, ist zum Teil das Wohnzimmer für viele Leute, man merkt es eindeutig, sobald das Wetter besser ist, wie stark dieser Platz fragmentiert ist von alt und jung und wie notwendig er ist, also eigentlich ist dieser Bereich, der auch einen Relange verpasst bekommen hat, eh schon viel zu stark frequentiert, also da können schon nicht mehr alle die Dinge ausüben, die sie ausüben wollen. Würdest du jetzt ganz gerne stehen lassen? Ja, danke, danke schön für diese erste Runde, wir können alle noch ergänzen, ich gebe jetzt einfach gleich im Anschluss an den Kurto weiter mit Schilderungen, Erfahrungen. Also ich habe bei den Recherchen zu meinem Roman zwischendurch mal eine ganz erstaunliche Feststellung machen müssen, nämlich, dass die schönste, die oberste Etage der Stadt überhaupt von jeglicher Planung ausgeschlossen ist. Also niemand plant, was auf der obersten Etage ist. Es gibt einen einzigen Plan, nämlich, diese Ebene zur totalen Kapitalverwertung freizugeben. Man könnte auf Dachgeschossen auch Gärten machen, man könnte Kinderspielplätze machen, alles Mögliche. Aber weder auf einem Amtsgebäude noch auf einem Privatgebäude gibt es irgendwelche gesetzlichen Regelungen, dass das irgendwie gemeinschaftlich oder öffentlich zugänglich ist. Das resultiert auch aus der Wohn-Sanier-Strategie, die sogenannte Sanfte-Stadt-Erneuerung. Das bezeichnet ungefähr 27.000 Gründerzeit-Häuser in Wien, also Häuser, die so bis zu 1910 gebaut wurden. Die sind alle mittlerweile in einem etwas schlechteren Zustand und die Stadtregierung hat beschlossen, den Hauseigentümerinnen die Möglichkeit geben, gefördert, diese Wohnungen und Häuser zu sanieren, weil das Mietrecht auf diese Häuser angewandt wird und für die Hausbesitzerinnen relativ wenig Rendite rausschaut. Es ist so, dass viele dieser Häuser sind in Einzelbesitz von Besitzerinnen, die halt eins, zwei oder drei Häuser haben. Die sterben aber jetzt nach der Reihe. Also ich selbst wohne in einem Haus, wo ich eine 96-jährige Besitzerin habe. Solange das so ist, passiert mit dem Haus relativ wenig. Man kann gemütlich wohnen, man hat eine relativ günstige Miete. Sobald diese Einzelbesitzerinnen sterben, passiert meistens das, dass Immobiliengesellschaften wie Convert das Aufkaufen von den Erben, die wollen mit Vermietungen nichts zu tun haben, haben andere Jobs, wohnen vielleicht gar nicht in Wien. Convert kauft es auf und holt sich von der Stadt Wien Förderungen für die Renovierung. Das Einzige, was sie machen müssen, ist zu versprechen, also gesetzlich, dass sie die Miete für zehn Jahre nicht erhöhen. Das heißt, es entsteht eine Situation, dass man sagt, die Gentrifizierung dieses Hauses wird um zehn Jahre verschoben. Und das, was eigentlich die Förderung ist, ist, dass die Besitzerinnen das Geld für die Renovierung von der Stadt Wien kriegen und oft die Mieten auch nachher nicht erhöhen, weil sich die Möglichkeit bietet, das Haus aufzustocken und eine Dachterrassenwohnung zu machen. Die kann man, die wird meistens extra verkauft, die wird extra angeboten und fast alle Häuser haben das irgendwie im Plan. Ich habe eine Zahl von 2009, es geht so um ein Bauvolumen von 27,5 Milliarden Euro. auch wieder die Zahl von 2009, da waren erst 15% davon gebaut. Am höchsten ist es im 8. Bezirk, wo schon die meisten abgeschlossen worden sind. Das heißt, es findet in Wien eine Art horizontale Gentrifizierung statt. Der Begriff die da oben kriegt völlig eine neue Bedeutung. Und interessanterweise haben sich sogar die Genossenschaften, die ja von der Stadt Wien, also die Stadt Wien hat Mitte der 90er Jahre aufgehört, Gemeindewohnungen zu bauen, also selbst zu bauen, weil es zu teuer war, da sind viele Korruptionsgelder geflossen, also tatsächlich jedes Haus hat ungefähr doppelt so viel gekostet, wie es vorher veranschlagt war. Das war aber kein, das ist kein originär ökonomischer Grund gewesen, sondern einfach Misswirtschaft. Jetzt gibt es 18 Genossenschaften, die diesen Bau für die Stadt Wien übernehmen und die haben fast alle dasselbe Prinzip, Erdgeschoss, erster Stock Sozialwohnungen, dritter, vierter Stock geförderte Genossenschaftswohnungen, wo man schon sehr viel Eigenkapital braucht, um dort überhaupt dabei sein zu können. Also eine massive Mittelstandsförderung und oberste Stockwerke freifinanziert. Freifinanziert heißt, wird zum Luxuspreis verkauft oder vermietet. Ob da dann nicht wieder in diesen Bauwesen die Marmorterrasse von oben eigentlich von den Baukosten unten mitfinanziert wird, also ich wage zu bezweifeln, dass es nicht so ist. Deswegen sind und zu den Genossenschaften, also ich habe ein Beispiel herausgegriffen, die Gesiba, die wurde 1921 gegründet um den Siedlern und Siedlerinnen, die sehr massiv in Wien selbst ihr Schicksal in die Hand genommen haben, einfach ein Stück Land besetzt haben, dort eine Hütte hingebaut, also einerseits rund um die Alte Donau, andererseits im Wiener Wald, von denen hat es dann Anfang der 20er Jahre drei große Demonstrationen gegeben, 50.000 Leute am Rathausplatz und ihre Forderung war, wir wollen gratis Baustoff für unsere Siedlungen haben, die wir bauen wollen. Noch dazu vom Grund, Ihnen vorher nicht gehört hat. Und die Gesiba wurde gegründet, dass man zum Selbstkostenpreis dann Baustoffe lukrieren kann, das war tatsächlich eine Art Serviceeinrichtung der Stadt. Jetzt ist die Gesiba eine Aktiengesellschaft, baut selber gar nichts, macht nur Bauaufsichten und das weiß die Schott sicher besser, wie das von statten geht, aber die managt, die macht Pläne, die macht Kontrollen, etc. Also diese Form der Unterstützung von Selbstorganisation ist in den Genossenschaften schon längst verloren gegangen. Man kann auch sehr wenig mitreden, was und wie gebaut wird. Ich finde, was Bauen betrifft in Wien ein sehr großes Demokratiedefizit. Man kann sich jetzt den Boden aussuchen, der angelegt wird, wenn man eine Genossenschaftswohnung hat. Man kann dieses und jenes ändern, aber man kann nicht auf die Struktur einwirken. so Ideen wie, dass die Hausgemeinschaft mitbestimmt, was im Erdgeschoss für ein Lokal drin ist. Wenn ich in einer Wohnung wohne, als Mieter oder Mieterin, habe ich überhaupt kein Recht mitzubestimmen, ob im Erdgeschoss ein Glücksspielunternehmen reinkommt. diese Form von Partizipation ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es war auch im Roten Wien, das möchte ich noch mal kurz streifen, nicht anders, also das war auch eine sehr paternalistische Art und Weise mit den Bewohnern und Bewohnerinnen umzugehen. Da hat es klare Vorstellungen gegeben, wie Leute wohnen sollen und wie das Zusammenleben funktionieren soll. Der Unterschied war, zwischen 1923 und 1930 hat eine durchschnittliche Arbeiter, Arbeiterin in Wien 4% ihres Gehalts für Wohnen aufgewendet. 4%. Im Goethehof habe ich mir es jetzt angeschaut, Gemeindebau gebaut 1930, zahlen die Leute jetzt durchschnittlich 26% ihres Gehalts für Mieten am freien Wohnungsmarkt zahlen die meisten Leute 30 bis 40%. Es gibt immer die Entscheidung des Hauseigentümers, ob er das Haus saniert oder nicht. Manche machen damit mehr Profit, wenn sie das Haus nicht sanieren. Das sind die Häuser, die dann denen zur Verfügung gestellt werden, die keinen Zugang zum Gemeindebau haben, die keine Eigenmittel für eine Genossenschaftswohnung aufbringen, die vielleicht auch, also es ist ja gang und gäbe, dass man Lohnsättel verlangt mittlerweile, dass man einen Mietvertrag unterschreiben kann. Besonders für prekär Selbstständige ist es beinahe unmöglich, da entsprechend was zu kriegen. Und dann ist man darauf verwiesen, höhere Mieten noch zu zahlen in noch schlechterer Bausubstanz. Das heißt, die Zentrifizierung in Wien findet nicht so statt, dass man sagt, das eine Viertel verfällt, das andere nicht. Es gibt auch im siebten Bezirk in der Neustiftgasse ein ganz grausames Haus. Es gibt in der Gummendorfer Straße ein Haus, völlig herabgekommen, dass es sogenanntes Bettlerinnenhaus fungiert. Also die Stadt Wien hat keinerlei Handhabe juristischer Ort, dass Hauseigentümer ein Haus sanieren. Viele werden einfach dann so lang verfallen, also werden noch vermietet, bis sie abbruchreif sind und dann neue Bauten dort entstehen. Ich habe in meinem Buch gibt es einen Proponenten, den ich als Medienbeobachter seit neun Jahren kenne. das ist der Herr Martin Lenikus. Der ist für mich ein Paradebeispiel für einen modernen Immobilienentwickler. Er war kurzfristig auch Mitglied der grünen Wirtschaft für zwei oder drei Jahre. Der ist, der hat ein Weingut, der baut Designhotels, der gibt sechs Stipendien pro Jahr für Künstlerinnen und Absolventinnen der Akademien. Der stellt halbleere Häuser der Ute Bock zur Verfügung als Prekariat. Und all das immer unter der Prämisse, dass sich die Objekte, die er kauft, fünf Jahre später oder zehn Jahre später in Kapital umschlagen. Also Ute Bock, Beethoven Gasse, neunter Bezirk, da waren noch zwei Altmieterinnen in dem Haus. Ute Bock konnte natürlich auch nicht ablehnen. Ich kann nicht sagen, wir verzichten auf zehn Wohnungen, weil sie führen da was anderes im Schild. Die wurde angenommen. Die rassistischen Hausaltmieterinnen halten das nicht aus, mit den Flüchtlingen in einem Haus zu wohnen und ziehen dann aus und das Prekariat ist dann wieder vorbei. Dasselbe mit den Künstlerinnen am Bauernmarkt. Erste Lage im ersten Bezirk. Natürlich Künstlerinnen feiern viel und die Altmieterinnen im ersten Stock und im obersten Stock halten das irgendwann nicht mehr aus und ziehen aus. Also man kann auf seiner Homepage steht, sein Leitspruch, wer nichts riskiert, es gibt, nein, es ist nichts riskanter als nichts zu riskieren. Da ist auch noch ein bisschen ein Spieltrieb und Kapitalverwertung und alles unter dem Aspekt der Verschönerung. Ich finde, man sollte Verschönerung der Stadtkammer keinesfalls ablehnen, meines Erachtens, aber das, was an Interessenskampf zu tun ist, ist, zu schauen, dass die Verschönerung heute tatsächlich allen zugute kommt. Und wenn jetzt so ein Dachgeschoss gebaut wird in einem Gründerzeithaus, wo teilweise die Klos noch im Gang waren, dann bedeutet das, dass der Liftstrang eigentlich immer dort ist, wo die Klos waren. Und die Leute, also die Baustellen dauern zwei Jahre, das muss man erst einmal aushalten. Da wird schon sehr viel geschafft dadurch, dass Leute heute freiwillig gehen, also die muss man auch gar nicht raushauen. Ich möchte abschließend noch so ein bisschen für Fantasie plädieren, was man machen könnte. Und da gibt es internationale Beispiele, also eine Meldepflicht für leerstehende Wohnungen zum Beispiel. Binnen einem Monat, würde ich sagen. Und wenn es nach zwei weiteren Monaten nicht vermietet ist, dann hohe Strafen, die beinahe so, also man muss nicht Strafen, Abgaben, Steuern, die dann in den Wohnbau fließen könnten, beziehungsweise wie es in Amsterdam halt bis vor wenigen Jahren war, dass wenn man leerstehende Wohnungen sieht, die längere Zeit leerstehen, dass man sie straffrei besetzen kann. Oder dass man versucht, Hausgemeinschaften zu formieren zu formieren und zu sagen, wir wollen, dass unser Haus auch sowas wie eine gemeinsame Waschküche wieder hat oder dass das Gassenlokal zu einem Hausgemeinschafts- Non-Profit-Café umgestaltet wird oder so. Das Erschreckende ist die wirkliche, das Gefühl allein zu sein mit den hohen Mieten und aber zu wissen, dass der Nachbar und die Nachbarin dasselbe Problem hat. Aktuell habe ich und ein paar andere gerade eine Bürgerinitiative Allihop gegründet zur Verkehrsberuhigung der Hörlgasse und es ist so erstaunlich, wie schnell so 15 Prozent aller Leute, die in dieser Gasse wohnen, treffen sich, machen Aktionspläne, Bezirksvorstehungstermine, man sagt, es interessiert uns nicht, ob das technisch umsetzbar ist, ob das aber Tempo 30, zwei Vorspuren, ein Radweg, das kostet ja nicht einmal was und sehr schnell sind die Befriedungs es gibt es gibt in Wien drei Befriedungsinstitutionen, die Agenda 21, die dazu da ist, dass so Bewegungen erst gar nicht aufkommen, Mondservice Wien, die Gebietsbetreuungen, die sind alle dazu da, Streit zu schlichten, Streit zu nivellieren, eine beinahe, würde ich sagen, sozialarbeiterische Umgang mit Wohnen und Nachbarschaft, ich, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, aber ist es eine Phase der Befriedung, die notwendig ist, oder ist es eine Phase der Rebellion, entscheide ich mir eindeutig für die Rebellion und ich und es ist so aufregend, mit Nachbarinnen gemeinsame Sache zu machen und es kostet nicht einmal was und die, die ständig glauben, für uns Politik zu machen, haben größte Probleme dann, wenn es tatsächlich so was wie ein kollektives, zivilgesellschaftliches Subjekt sich entwickelt. Und da habe ich eigentlich Hoffnung, dass das sich ausbreiten wird. Super, Dankeschön. Wir haben jetzt ein, was ist noch? Wir haben jetzt ein breites Feld von Themen, wo wir weiter uns daran fortbewegen können. Ich würde vielleicht erst ganz kurz nochmal der Jutta Sander nochmal die Möglichkeit geben. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, würde ich ganz gerne. Zuerst möchte ich natürlich sagen, selbstverständlich handelt es sich, sind auch fehlende politische Entscheidungen für diese Situation. Jetzt war es auch immer ganz genau, wollen wir jetzt nicht aufarbeiten, weil das schafft man einfach nicht. Sind angesagt und sind erforderlich, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und da ist leider natürlich diese Klientelpolitik einfach total im Weg, weil ich meine, die ÖVP bewegt sich halt einfach nicht. Und ja. Aber haben die Grünen nicht auch eine Klientelpolitik? Das ist schon richtig, aber das ist die Frage, ob man das ein bisschen breiter sieht und ob man auch, also ich meine, ehrlich gesagt, hier auf der Ottakringer Straße, da waren sehr viele Leute, das konnte ich nicht wirklich unterschreiben, was die dort sagen, aber wir haben versucht, ich habe es ja nicht entschieden, ich war ja nur normale Teilnehmerin an der ganzen Geschichte, aber da liegt es ja dann daran, dass man schaut, dass man einen Kompromiss für alle sucht und nicht, dass ich sage, okay, die Kapitalisten sollen das kriegen, was sie brauchen und der Rest soll schauen, wie er dazu kommt. Ich denke mal, ich sage es jetzt einfach so hart. Also, du hast ja einiges beschrieben und ich denke mir, da sieht man schon auch, wenn du sagst, da kann man nichts, da bewegt sich einfach nichts oder so, man kann schon, aber da bewegt sich halt nichts, dann ist es halt schon oft so, dass nichts bewegt werden soll, weil auch die gesetzlichen Grundlagen nicht herhalten, ja, also zum Beispiel, wenn du sagst, die Gebietsbetreuung ist die Idee eher zur Befriedung statt zur Rebellion. Also, meine Erfahrung als Büroleiterin des grünen Bezirksverständigen achten und was wir dort versucht haben auch zu machen, waren einfach ganz andere Sachen, sehr individuell die Leute zu unterstützen, sehr individuell die Sachen zu lösen und die Gebietsbetreuung und war dort eigentlich ziemlich motiviert unterwegs, weil wir halt sie auch motiviert haben, entsprechend ihre studierten Kenntnisse und Erfahrungen einzubringen, auch die Magistratsabteilungen, die so sehr häufig, ich arbeite ja selber in einer Magistratsabteilung, ich weiß, in welchem Gleis man laufen soll, aber wenn du signalisierst, hallo, wir wollen gerne euer gesamtes Engagement in Anspruch nehmen und wollen jetzt eine andere Lösung für den Alserspitz durchbringen, als was da irgendwelche Leute sonst rundherum gerne hätten oder woanders ist egal und wir unterstützen euch in allem, was dazu notwendig ist, um das zu tun und wir halten nachher den Rücken frei, wenn euch ihre Chefs vielleicht ein bisschen kritisch werden, dann geht schon was weiter und auch bei der Agenda ist es so, man bestellt eine Organisation, einen Verein oder Gesellschaft als Agenda führendes Unternehmen und da liegt es ja auch an den Bezirken, die Leute auszusuchen und da kann man sehr Leute aussuchen, die irgendwie ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen oder ein bisschen weniger. Tatsache ist natürlich, dass Problemhäuser, wie du es auch geschildert hast, denen kommt man wirklich schwer bei, weil es einfach die gesetzliche Grundlage nicht gibt und man kann natürlich schauen, dass denen, die dort wohnen, das wohnen nicht total vergelt wird. Das muss man leider schon so sehen, aber es kommt sehr selten zu Ersatzmaßnahmen im Bau, ist alles sehr mühselig und zeitintensiv. Das ist richtig, aber grundsätzlich wäre viel mehr möglich, wenn man es wirklich umsetzen möchte. Ich muss sagen, ich habe dort so viel gearbeitet, wie ich glaube, in meinem Leben noch nicht, um viele Details umzusetzen. ja, das kostet wirklich viel Energie. Ich glaube, dass 26% genannt als 26% eines Lohns oder Gehalts, ich glaube, dass es zum Teil viel mehr ist. Also so, dass es im Durchschnitt eher mehr ist mittlerweile, was man für eine Wohnung ausgibt. Weil es oft so ist, dass... Das war nur im Goethehof. Also geht... Okay. Entschuldigung, ja, da habe ich die Missverstanden mehr. Okay, ja, ich glaube, andere Sachen gehen wir mal vor. Magst du noch was? Vielleicht noch das eine, also ich glaube, dass alles, was jetzt so als Förderung gemacht wird, sind Mittelstandsförderungen. Also es wird gegen die Armut in Wien ganz, ganz wenig gemacht. Armut soll vertrieben werden und man hat so eine fiktive, ich möchte den Begriff Mittelstand gar nicht verwenden, weil das ist fiktiv, würden sich da alle rein nominieren wollen. Die, die reicher sind und die, die ärmer sind, wollen auch dabei sein. Aber eine Zahl zum Beispiel, die, den Anspruch auf eine Gemeindewohnung wurde 2011 oder 2012, also die, das höchste Einkommen, das man haben darf, von, glaube ich, 43.000 auf 66.000 brutto Jahresgehalt für eine Drei-Personen- Wohnung erhöht. Also da gibt, da hat man auch so die Ahnung, dass man will nicht, also man will den Zugang zum Gemeindebau möglichst weit bis in die Mitte der Gesellschaft öffnen und gleichzeitig gibt es aber Kriterien, also ich weiß nicht, da würde ich gerne eine Meinung von euch dazuhören, also man muss zwei Jahre in Wien an dasselben Adresse gemeldet sein, dass man Anspruch auf eine Gemeindewohnung hat. Für mich bedeutet das, dass Leute, die nach Wien kommen, man beginnt jetzt erst einmal, wohnt man beim Bekannten, dann übersiedelt man irgendwo, dann ist man vielleicht ein Jahr wo und übersiedelt wieder, es beginnt immer wieder von Neuem, es beginnt immer wieder diese Zweijahresfrist zu laufen. Migrantinnen haben oft gar nicht den rechtlichen Zugang zu diesen, diese Hürden, da kann man sagen, die sind gerecht, die sind für alle gleich und so, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die prekärsten schließt man mit einem ganz kleinen dürren Formalakt eigentlich aus. Es gibt zum Beispiel auch alle, die in diese Wohnung ziehen wollen müssen, am selben Ort vorher zwei Jahre gewohnt sein. Also wenn ich jetzt mich kennenlerne und die Zimmer zusammen oder so, muss man zuerst zwei Jahre lang eine Wohnung finden. Befristungen sind Gott sei Dank derzeit nur bis zu drei Jahren möglich, aber möglicherweise haben wir bald einmal so ein totales, prekäres Wohnsituation, dass du dann nach einem Jahr wieder rausfliegst. also das, man muss relativ klar wissen, man muss die eigenen gesetzlichen Voraussetzungen ziemlich genau kennen, dass man die Möglichkeit hat, eine durchschnittliche Gemeindewohnung zu kriegen und kann man sowas nicht abschaffen, kann man da nicht sagen, nach einem halben Jahr oder so, kann man das nicht kampanisieren oder ich weiß nicht, da habt ihr da jeden Erkenntnis zu sehen. Also ich muss sagen, ich habe im Gemeinderat vor langer Zeit drei Jahren diesen Bereich betreut, das ist alles nicht mehr relevant, war in den 90er Jahren Anfang, ich bin aber immer wieder in der Wohnungskommission gewesen und ehrlich gesagt, dass er diese zwei Jahresfrist, ich weiß nicht, was die genau für eine Basis hat und ich habe mir das schon hergeschrieben. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß, dass man über die Wohnungskommission alles verändert betrachten kann und ich weiß auch, dass dort sehr viele Leute, die ein sehr hohes Einkommen haben, man weiß gar nicht, warum sich die dann, man muss ja auch wissen, wenn ich eine Gemeindewohnung beantrage, muss ich sehr lang warten, bis ich eine bekomme, vor allem, wenn ich mir einen bestimmten Bezirk aussuche oder zwei oder drei, die mir besonders gut gefallen, da werde ewig warten, wenn ich nicht auf ganz Wien ausweite, dann kriege ich irgendwo eine Gemeindewohnung angeboten, ganz am anderen Ende von dem Ort, wo ich eigentlich gerne hinwollte, wenn ich Nein sage, habe ich vielleicht das letzte Mal Nein gesagt, ich meine, ich verstehe ja nicht, wenn ich genug Geld habe, das mir irgendwie anders zu organisieren, warum sich da Leute dann auch darauf einlassen, also die werden dort zu viel verdienen und davon gibt es auch welche, die gehen dann deswegen zur Wohnungskommission, ich weiß nicht, werden natürlich abgewiesen, es werden aber sonst nicht sehr viele positiv beschieden, es gibt fünf Wohnungskommissionen, die tagen monatlich und die haben ungefähr zehnmal im Jahr ungefähr 100 Familien auf der Tagesordnung, das sind dann pro Monat, sagen wir mal, 80 bis 100, wenn man sich ausrechnet, es wird sehr selten positiv beschieden, weil das ja heißen würde, wenn ich jedes Mal in jeder Wohnungskommission 50 Leute bevorzuge, dann warten die anderen hinten länger, also das ist ein Instrumentarium, das es gibt für besonders schwierige Situationen, für kranke Kinder, für Leute, die plötzlich behindert sind und das dringend brauchen, solche Möglichkeiten gibt es, aber wie gesagt, aber die zwei Jahre ist frisch, nehme ich mit. Ich meine, das hatten wir auch am Anfang gesagt, dass wir Themen haben werden, wo wir merken, da muss man weiterschauen, das ist auch ein Merkmal dieses Themenfeldes, da sind einfach sehr viele an den Instrumenten, wo sogar die, die alltäglich damit arbeiten, dann sozusagen nochmal genauer hinschauen müssen, umso mehr bei Menschen, die im Alltag einfach nur davon ausgehen, dass sie gerne ihre Wohnbedürfnisse befriedigt haben wollen, aber jetzt sich nicht weiter damit hineindenken. Wir haben jetzt eine ganze Menge Indizien gehört, so im Bereich von Strategien, Instrumenten, wo sich Veränderungen ergeben haben, wo irgendwie was fehlt und alles hat sehr konkrete Effekte, was man in dieser schönen Metapher mit diesem Vertikal, ist das doch nicht horizontal, oder? Ich bin legasthenisch. Das ist diese gesellschaftliche Schichtung, die sich irgendwie in den Stockwerken der Häuser, aber auch eben sehr kleinteilig in der Stadt widerspiegelt, wo zum Teil gerungen wird, die umzusetzen, aber eben auch, wo man bestimmte Muster sich anschauen kann. Zwei Sachen aber auch noch, wir haben die Frage nach der Rebellion, nach dem wird befriedet, gibt es überhaupt die Möglichkeit zu sagen, jeder Mensch wohnt, warum kümmern sich nicht mehr Leute drum, also sozusagen dieses Nicht-Thema bei vielen Menschen, also auch so eine Undenkbarkeit von bestimmten Fragen, die man vielleicht fordern könnte, also wer hat sich vorgestellt, warum sind nicht alle Wiener Dächer frei zugänglich als Grünanlage, es gibt sozusagen das Thema ist geprägt von Undenkbarkeiten eigentlich, wo sozusagen auch vielleicht auch so die Gedanken erst anfangen zu können, anfangen müssten so, es gab in Hamburg mal so eine in diesem Bereich Recht auf Stadt, die haben am Beispiel eines Parkes eine Wunschproduktion gemacht, also erst mal anzufangen, was kann man sich überhaupt denken, was sind Zuständigkeiten in einer Stadt und das dritte sind auch nochmal Widersprüche, also wo stecken konkrete Widersprüche drin, wenn immer mehr Menschen auch wenn die Altersvorsorge plötzlich davon abhängt, dass man eine Eigenkunftswohnung besitzt, wo im Idealfall die Rendite steigt, also sozusagen dieses Thema der Klientelpolitik, was jetzt nicht trivial ist, wo auch in verschiedenen Bereichen sozusagen die Akteurinnen auch da hinein verstrickt sind. Ich würde sagen, jetzt liegt relativ viel auf dem Tisch, würden das jetzt einfach gerne öffnen ans Publikum, Ergänzungen, Vorstellungen, Fragen? Ja, kurz zu der Tätigkeit beziehungsweise der Untätigkeit, das ist ja ähnlich auch bei dem Fall von Zwischennutzung, man kann zur Zwischennutzung stehen, wie man will, ich sehe das relativ kritisch, aber ich glaube, da schafft es die Stadt Wien noch niemals, obwohl es seit 2010 im Regierungsabkommen steht etwas zu machen, beziehungsweise es gab extrem intransparente Gespräche und einen Gesprächskreis und wie ich über Umwege erfahren habe, es gibt es jetzt auch gar nicht mehr die Absicht, eine Zwischennutzungsagentur zu machen, die im Idealfall auch sozialen, politischen Gruppen kostengünstig und mit einigermaßen fairen Verträgen Raum zur Verfügung gestellt hat, der einfach nicht da ist für viele Initiativen, sondern jetzt da ist diese Arbeitsgruppe auch kreative Räume und das zeigt ganz klar, wo es hingeht, es geht darum, eine Stadtentwicklung zu haben, genau die die Kreativen unterstützt und nicht darum, irgendwie sozialere Stadt zu betreiben. Und noch ganz kurz dazu, ich glaube, im Prinzip ist alles möglich, was auch rechtliche Grundlagen angeht, da kann man sich nicht hinter verstecken, ich glaube, jedes große Bauvorhaben, was in Wien in den letzten Jahren durchgeführt worden ist, wurde das Baurecht verändert. Das Baurecht wird aber immer dann ins Feld geführt, man kann ja nichts machen, wir als Stadt können auch nichts machen, auch politisch können wir nichts machen, wenn man das gerne so haben will. Also das heißt, man kann durchaus Sachen und rechtliche Grundlagen verändern, wenn man will, das ist überhaupt kein Problem. das, was der Kurt angesprochen hat, mit dem Einkommen, mit dem man sich für eine Gemeindewohnung anmelden kann, das ja jetzt bei, ich glaube, 66.000, hast du gesagt, Jahreseinkommen für eine dreiköpfige Familie, da spielt halt auch eine Rolle, dass ich mir denke, und ich habe das schon auch oft so gehört, wenn man das Einkommen total niedrig setzt, dann hast du Gemeindebauten, wo zu sagen, nur mehr wirklich die ganz armen Leute drinnen sind und dann ist das Klima in diesen Bauten auch entsprechend. Das heißt, ich denke mir, als Gemeinde musst du auch schauen, dass du ein halbwegs Mischungsverhältnis hast, in diesen, vor allem in den größeren Wohnbauten und die Gemeindebauten sind halt alle relativ groß, damit du ein halbwegs erträgliches Klima unter den Bewohnern fördern kannst, auf die Art. Wo ich dir völlig recht gebe, ist, die Gemeinde betreibt eine Klientelpolitik mit den Wohnbaugeldern. Wir alle, die wir irgendwo angestellt oder arbeit sind, zahlen sozusagen einen Anteil unseres Gehaltes in die Wohnbauförderung, wird uns automatisch abgezogen, aber nicht alle kommen wir in den Genuss dieser Wohnbauförderung, in die wir alle einzahlen müssen. Und ich finde, das ist eigentlich eine krasse Ungerechtigkeit, die da passiert. Und da denke ich mir, sind die Grünen schon gefordert, dass sie da mal ein bisschen genauer hinschauen, denn die Gemeinde Wien kann sich nicht immer ausreden auf die Bundesgesetzgebung, weil für die Wohnbauförderungen das Land Wien zuständig ist und im Grunde genommen tun und lassen kann, was es will. Wo der Bund die Zuständigkeit hat, das ist das Mietrecht. Aber ob die Gemeinde jetzt, der Gesiba, ich finde, die Gesiba ist eh so eine unglückliche agierende Gesellschaft, die ist ja zu, glaube ich, 98 Prozent im Besitz der Stadt Wien und agiert, ich würde mal sagen, wie jeder x-beliebige Wohnungsspekulant. Also das sind schon krasse Dinge und darum finde ich, da sollten die Grünen einmal genauer hinschauen, was der Koalitionspartner sich da in Wien alles leistet und nicht mehr leisten sollte. Also zu den 66.000, die da schon diskutiert wurden, da kann ich die Auswahl natürlich sehr eindeutig zustimmen, dass das auch wichtig ist, dass die Bevölkerung halbwegs durchmischt ist, weil wir wollen ja nicht irgendwelche Suburbs schaffen. Wir kennen diese Diskussionen aus vielen Städten Europas. Aber wenn die Durchmischung bedeutet, dass am untersten Ende Leute wegfallen, weil nicht genug da ist, das ist doch keine zynische Durchmischung. Nein, also das ist so. Wir nehmen einen Orts dazu und eine Psychotherapeutin. Nein, warte. Also es ist so. Damit es harmonisch ist. Es ist auch so, die Stadt Wien hat irgendwann und das war ungefähr im Jahr 85 oder sowas oder 90 angefangen, darauf zu schauen, dass sie nicht einfach irgendwelche Wohnungen baut, die noch so schön sein mögen. Dann zieht ein, wer halt gerade dort einzieht und dann zahlen wir, wenn es geht, die ganze Miete. Das kann die Stadt nicht mehr machen und macht auch schon lange nicht mehr. Das heißt, man schaut auch darauf, dass man in etwa für die Personen, die dort einziehen, also einen dort findet, dass sie sich in etwa auch leisten können und wo man nicht sozusagen aus dem einen Sackel dann ins andere Sackel die Wohnbauförderung nur hineinschafft. Das muss man einfach im Sinne einer, ich sage mal, ich finde das schon sinnvoll, ja. Also wir kennen die Geschichten mit dem Mittelbau und mit, ich weiß nicht, die älteren halt wahrscheinlich, die jüngeren weniger und andere Sachen. Es gibt auch nicht mehr so teure Renovierungen für die Gemeindewohnungen, wenn jemand auszieht. Es ist auch nicht mehr notwendig, dass, wenn ich halt aus meiner Gemeindewohnung, ich hatte nie eine, ich sage es sofort, ja. Damit dann etwas falsch aufkommt. Aber ich sage mal, wenn ich dort jetzt ausziehen würde, muss ich nicht alles rauswerfen, den Einbaukasten und die Einbauküche und ich weiß nicht was. Nein, wenn die Nachmittag das haben wollen, können sie es einfach übernehmen. Nein, es wird auch nicht mehr die Elektrik general saniert, was ein Problem ist, weil in einem Haus aus die 30er Jahre lebt man dann weiterhin mit den Litzendritten, die irgendwo in der Mauer unterm Putz liegen, heute für eine Problematik. Aber es ist so, ja. Das ist die Realität, ja. Mein Bruder hat lang genug Gemeindewohnungen saniert mit, in der kleinen Firma, wo er als Elektriker gearbeitet hat und da habe ich das auch selber gesehen. Früher haben sie da wirklich ordentliche Leitungen gelegt für die Geräte, die eine Menschheit in einem Haushalt hat. Also das heißt, ich finde... Darf ich nachhaken? Thema soziale Mischung. Brauchen die Armen, die Reichen? Also weil die Stadt Wien ist ja eigentlich ein schillerndes Beispiel, wo man das auch mal umgekehrt gedacht hat, wo man zum Beispiel in den 20er, 30er Jahren sich dazu entschieden hat, eben Gemeindebauten auch in die sogenannten wohlhabenderen Bezirke zu stellen, in der umgekehrten Logik eben zu sagen, gut, dann politische Steuerung... Vorhanden sind sie überall, die Gemeindebauten. Ja, aber die Tendenz, der Gedanke ist ja heute umgekehrt zu sagen, da ist ein Haus, ein Bezirk nicht so wohlhabend, da schaut man, dass man zahlungskräftigere dazu bekommt, damit sich das nicht so... Nein, nein, das hängt meistens mit der Wohnungsgröße zusammen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, im 20. Jahrzehnten, da ist schon einige Jahre zurück, da waren in der Bragerstraße, da ist irrsinnig viel neu gebaut worden, da waren die Wohnungen leer stehend, weil sich kein Mensch gefunden hat, der dort einziehen wollte, 120 Quadratmeter, neue Gemeindewohnung hat so viel gekostet wie sonst irgendwo anders, da sind die Leute auch nicht eingezogen. Ja, ich meine, dass man dann solche Beträge erhöht, damit auch andere... Also da hat man gar keine Gemeindekriterien mehr erfüllen müssen, hauptsächlich die Wohnung ist besetzt und die Miete wird bezahlt. Also ich meine, es ist auch eine Frage, was baue ich dorthin? Was baue ich dorthin heißt auch, was kostet eine Wohnung? Wenn ein Garagenplatz wahnsinnig viel Geld kostet und der ist ein Pflichtplatz, dann muss ich sagen, es ist billiger, einen Garagenplatz zu kampieren, als eine Wohnung zu kaufen. Ich habe das auch im Gemeinderat immer wieder gesagt. Damals waren, ich kenne die Preise von der Garagenplatzzeit nicht auswendig, aber es sind exorbitante Preise für die Pflichtstellplätze und wenn man einfach weniger Garagenplätze schaffen muss, dann kann man billiger bauen, dann kommt das auch allen zugute. Das ist ein Faktum, über das man sehr, sehr viel streiten muss. Ich will gar nicht sagen, wie viel wir diskutiert haben mit den Leuten hier in Ottergring, bevor das Backbickerl gemacht wurde und wie viele Leute mir glorios erklärt haben, ich habe mein Auto in Slowenien oder in der Slowakei oder keine Ahnung wo angemeldet, da zahle ich um so und so viel weniger Steuer und ich weiß nicht was, große Augen, breites Grinsen, aber ihr Kind geht hier zur Schule mit den hiesigen Steuergeldern und wenn sie keine Steuern zahlen, wird es auch nicht ganz genau funktionieren. Man muss die Leute dann offenbar einzeln aufklären, dass die Straßen nicht vom Himmel fliegen, dass die Schulen nicht vom Himmel fliegen, dass das alles aus gemeinsamen Steuergeldern bezahlt wird. Ich bin auch eine, die hier verpflichtet, dass man die Straßen nicht so oft renoviert. Der Asphalt muss nicht immer so schön sein. Ich meine vorher, ich fahre auch gerne, ich falle auch nicht gerne von einem Loch ins andere, wenn ich im Radl sitze, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht so weit, wir können das Geld auch noch für was anderes investieren. Da hat auch der Bezirk die Möglichkeit, Geld aufschiebend für was anderes zu verwenden. Und wie gesagt, also diese Parkplatzgeschichten, das ist immer eine neue Diskussion. Es geht auch darum, wie sollen Wohnhäuser in Zukunft ausschauen, soll das so sein, wie die Gemeindebauten aus den 80ern oder keine Ahnung was, wo es keine Erdgeschosszonen gibt, wo dann, jetzt versucht man dann in die Zwischenräume vielleicht, weil es zu viel Grün ist, irgendwas hineinzustellen. Das ist heute auch für ein bisschen sonderbar. Und ich kenne die Diskussionen um das Sonnwindviertel, also da hinterm Hauptbahnhof, wo sich die Grünen stark dafür eingesetzt haben, dass eben eine andere Art der Straßenführung ist, dass das nicht ausschaut wie eine hingeklatschte, wie soll man sagen, aber gerade, aber quer und das war's dann. Raster-Siedlung. Danke. Und dass man Erdgeschosszonen hat, also es ist ja jetzt, das ist in der Bauordnung verändert, dass die Erdgeschosshöhe eine andere ist, dass man was anderes machen kann, außer eine Garage oder einen Keller. Und dass dann nicht Städte, Stadtteile entstehen, die einfach unten nur finster sind. Ein Beispiel, das sich auch hier abspielt, man hat hier versucht, die Stadlbetreiber anzuregen, dass sie am Abend ihre geschlossenen Stände bis 22 Uhr beleuchtet halten und ihre Ware dadurch präsentieren, aber auch diesem Straßencharakter, also dieser, dieser, der Brunnengasse, einen beleuchteten Straßencharakter, statt einen finsteren Schluch zu geben, sind alle, das klingt vielleicht witzig für manche, aber ich denke mal, das ist auch Charakter einer Stadt oder einer Zone, in der man sich nicht so gern bewegt. Ja, also ich denke mal, das sind alles Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Also zum Teil geht's halt um Kosteneinsparungen, was die Garagen betrifft, zum Teil geht's um Lebenswerte. Zonen, wo sich dann auch im Erdgeschoss was abspielt, was auch wieder dazu führen kann, dass sich die Leute da treffen oder eben, ja, es kann auch Kindergartenschulen, habe ich mir erzählen lassen, können so nicht stattfinden in einer Erdgeschosszone, sondern gestreckte Schulen. Geht irgendwie nicht, ja, ich erkläre das jetzt nicht weiter. Also es gibt sehr viele Details im Wir haben jetzt Vorschläge, unterschiedliche Zugänge, was müsste anders gedacht werden, damit Wohnen nicht nur als Ware auf dem Markt denkbar ist? Unterschiedliche Vorstellungen, die wir sammeln? Zum einen stehen zwischen 4 und 5 Prozent der Wohnungen leer, das ist ungefähr die Größe des 8. Bezirks in Wien. Ja, das kann man eben nur schätzen, weil es keine Meldepflicht gibt. Es gibt Initiativen, so eine Meldepflicht für leerständige Wohnungen einzuführen. Es wäre schön, wenn die Grünen da ein bisschen anschieben würden, weil das ist, und da bin ich bei dir, ich würde alles unterstützen, was du gesagt hast, nur das mit der Zwischenmietung, das ist meines Erachtens, ich möchte ein Beispiel bringen, wo es jetzt schon bewiesen ist. Es wurde die Kündigungsmöglichkeit beim Behinderteneinstellungsgesetz jetzt gelockert, weil das Argument geherrscht hat, dann werden mehr eingestellt, wenn es gelockert worden ist. Realität ist, nicht eine einzige Stelle mehr wurde geschaffen. Es wurde die Befristung der Mieten eingeführt auf drei Jahre oder fünf Jahre. Faktum ist, dass nicht mehr Wohnungen auf dem Markt sind. Faktum ist, dass diese 25% Reduktion, die gesetzlich eigentlich vorgeschrieben sind von den Vermieterinnen, nicht abgezogen werden. Die sind die teuersten. Und was ich wirklich ganz erstaunlich finde und wo man gleich einmal meines Erachtens initiativ werden müsste, ist, wenn ich zur Schlichtungsstelle gehe und wenn die Schlichtungsstelle nicht spricht und ich vor Gericht gehe, das Schlimmste, was einem Hausbesitzer passieren kann, ist, dass er das, was er zu viel verlangt hat, zurückzahlen muss. Aber nur an die, die den Antrag gestellt haben. Nur an die, die er den Antrag gestellt hat und er kann es am nächsten Tag an die nächste Person vermieten und wieder so. Also ich kenne Leute, die so drei Wohnungen hintereinander an. Also dass das kein strafrechtliches Delikt ist, finde ich entsetzlich. Das finde ich auch entsetzlich. Weil de facto heißt es, ich vermiete ein Haus um 300 Euro pro Wohnung mehr. Die Mieterinnen geben mir zum Eckzinssatz, also 0,25 derzeit, an Kredit. Und wahrscheinlich zwei Drittel davon nehmen das, also klagen das nicht ein und das Drittel kriegt maximal das zurück, was sie eingezahlt haben. Und wenn ich das aber bei einer dreijährigen Befristung geltend mache, dann bedeutet das immer, dass ich den nicht verlängert kriege. Wenn ich aber zum Beispiel bei einer Befristung nochmal, also die Befristung verlängere in einen Unbefristeten, verwirke ich das Recht, dass ich das rückklage, weil ich dann ja nicht mehr in der Notlage bin, eine Wohnung einzuklaue. Also da gibt es auch im juristischen Bereich haarsträubende Dinge, die man meines Erachtens nur kampagnesieren müsste. Und die Einzelnen, also ich würde, weil ich ärgere mich immer eigentlich über so Slogans wie, warum sind die Mieten bloß so hoch? Weil es sind nie die Künstlerinnen, die schuld sind, dass die Mieten steigen, sondern es sind immer das fehlende Zivilcourage der einzelnen Leute, sich in den Häusern zu organisieren oder beziehungsweise ihre Rechte einzuklagen. Ich kenne auch Leute, die es nicht eingeklagt haben, weil sie gesagt haben, naja, ich kann mir das eh leisten und ich würde nicht streiten und die Wohnung, das ist so intim, da kommt irgendeine Kommission und schaut sich das an. Also damit treibe ich die Mieten in die Höhe, indem ich auf meine eigenen Rechte verzichte, treibe ich die Mieten für alle auch in die Höhe. Und weil zu Beginn des mit den Vorsorgewohnungen, das sind nicht nur die Fonds aus Zypern, die Vorsorgewohnungen kaufen, sondern das ist genau diese Mittelklasse, die 60.000, 70.000 Euro am Konto gehabt hat. Anlagewohnungen. Vorsorgewohnungen heißt das, was die einzelnen Kassen anbieten. In der Krise hat man Angst um sein Geld gehabt, dann haben die Sparkassen und Reifweisen etc. angeboten, man könnte sich eine Vorsorgewohnung kaufen. In dem Angebot drinnen steht, wir suchen Ihnen den Mieter, wir garantieren Ihnen 5% Rendite, Sie brauchen mit denen überhaupt nichts zu tun haben und nach 10 Jahren, wenn Ihre Kinder zum Studieren anfangen, dann ziehen die in die Wohnung ein. Das Profitdenken jeder einzelnen Person, die mehr als eine Wohnung hat, also eine zweite und eine dritte, ist auch dafür verantwortlich, dass die Mieten dann steigen. Weil diese 5%, die die Reifweisen der Rendite verspricht, bedeutet, dass 5% der Mieter und Mieterin mehr zahlen muss. Also es muss, es geht um einen Paradigmenwechsel, dass eben Wohnungen nicht so viel kosten, wie sie, also ich finde es nicht korrekt, dass die Stadt Wien sagt, wir bauen ein Haus und die Mieten müssen das ganze Haus finanzieren. Die Steuern kann man anderswo einheben. Und dass die Mieten ein Haus decken, das ist, also damals in den 20er Jahren ist genau ein Zwölftel, ein Zwölftel der Kosten des Hausbaus und der Erhaltung sind über die Miete reingekommen. Alles andere ist durch andere Steuern querfinanziert geworden. Aber aber trotzdem, den ganzen privaten Wohnungsmarkt, den Markt zu entziehen, da brauchen wir eine Totalrevolution. Da brauchen wir... Nein, da gehören Ihnen die Hauser immer noch. Die sind ja noch nicht enteignet dadurch. Ich sage nur, also ich würde mir das wünschen, aber da schreien alle Kommunismus, Kommunismus. Da hast du vor, das ist Kommunismus. Also ich glaube auch bei der Frage geht es ja sehr stark darum, überhaupt erstmal einen Paradigmenwechsel, was ist denkbar irgendwie hinzukriegen. Und das ist, so wie ich das sehe, auch für viele Gruppen erstmal ein Thema. Da gibt es ja, ich vielleicht übergebe gleich eine Frage und vielleicht... Das ist dann eh eine Art von Antwort, weil ich glaube, der erste Schritt, und das hast du eh auch angedeutet, ist eine Sichtbarmachung erstmal. Also das von dem individuellen, von der individuellen Ebene wegzuholen. Also zum Beispiel, es gibt in Wien pro Jahr weit über 2000 Zwangsräumen. Das heißt sieben Zwangsräumen pro Tag. Und das ist nur die absolute Spitze des Eisbergs. Und zu sagen so, nein, Wien ist nicht alles happy, happy und es passiert und Leute müssen weg, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Und genau, das beträgt nicht nur dich, ist nicht deine individuelle, persönliche Schuld, sondern es ist ein strukturelles Problem und wir können das nur angehen, wenn wir uns zusammentun. Und ich finde da die Erfahrungen in Berlin mit Zwangsräumen, Verhindern und so weiter echt sehr inspirierend. Wo Leute gesagt haben, die diese Scham versucht haben zu überwinden und auch Support bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, na, es ist nicht deine individuelle Schuld. Und wir setzen uns gemeinsam zurück zu wehren. Das ist ein gemeinsames Problem. Und ich glaube, das ist sozusagen der erste Schritt, das erstmal auch im Diskurs zu verändern, das deutlich zu machen und so. Und dann daraufhin sich zu verbinden. Weil wie sollen die Leute sich verbinden, wenn sie gar nicht wissen, was ihr gemeinsames Problem ist? Wenn alle denken, es ist nur mein Problem und ich traue mich nicht, mit anderen drüber zu reden. Also interessanterweise ist es kein Massenaufregungsthema. Wobei es glaube ich tatsächlich nur um die Zusammenführung ginge und vor allem auch um die... Also ich habe ja auch nach historischen Beispielen gesucht. Es muss ja nicht... Es war ja schon viel kräftiger. Also in Bologna 1972 hat es die Autoreduzione-Bewegung gegeben. Die haben einfach beschlossen, jeder zahlt nur 10 Prozent seines Einkommens oder seines Lohns an Miete. Also nicht nach der Wohnung gestaffelt, sondern nach dem Einkommen. Das wäre genauso ein Paradigma, das man überlegen könnte. Ja, aber das waren 30.000 Leute und das hätten die Gerichte gar nicht zustande gebracht. Es ist immer eine Frage der Hegemonie in der Gesellschaft, ob sich irgendwas umschlagen kann oder nicht. Und ich meine, im Buch gibt es eine Mietprekort-Bewegung, die einfach 50.000 Leute beschließen, den Juli nicht zu bezahlen. Und die haben auch das Gefühl, ja, was ist, wenn es der andere zahlt. Also man kann sich ja nie sicher sein, weil Wohnen tatsächlich eine wirkliche Intimität ist. Und man will, die Wohnung zu verlieren, ist... Also du hast das eh... Das ist eines der dramatischsten Dinge. In Spanien hat es 2012, 2013 15 Selbstmorde gegeben, die sich aus dem Fenster gestürzt haben und so. Also das ist aus der Schande heraus. Also, was du zuerst gesagt hast, die haben aber eine sehr starke Housing-Bewegung. Wenn man sich dort hinwendet, dann ist es nicht eine Mieterberatung wie bei uns. Ich würde das zum Beispiel auch als Problem sehen. Also unsere Mieterberatungsgruppen sind Parteivorfeldorganisationen. Jede Partei hat ihre eigene Mieterberatung. Und natürlich... Bitte? Die Grünen haben nichts. Doch, die Mieterinteressensgemeinschaft ist die Grüne. Das mache ich auch noch ein bisschen an Werbung. Die MIG. Ja, aber natürlich jede Partei sagt, das ist keine Vorfeldorganisation. Aber Faktum ist es so. Die Mieterberatungsgruppen machen auch Mieterberatung und sind keine Parteivorfeldorganisationen. Die machen wahrscheinlich die sehr effiziente, umfangreiche... Ja, aber die beraten... Es wird so beraten, wie kann ich gerade individuell noch auskommen. Und in Spanien ist es so, da kriegt man zuerst mal einen einwöchigen juristischen Grundkurs. Also die sagen, zuerst musst du mal genau wissen, was sind deine Rechte und wie kannst du sie umsetzen. Und wenn die dann einen Termin bei der Bank haben, dann geht der nicht allein, sondern gehen sie zu 20. hin. Und wenn der Bankbeamte sich weigert, alle 20 zu empfangen, dann bicken die die ganze Filiale voll. Und dann, also wir müssen da schon ein bisschen selbstbewusster werden im Umgang mit dem Gegner. Weil eins ist schon klar, Mieterinnen sind ungefähr hundertmal so viel wie Besitzerinnen. Also, dass dieses Mehrheitsverhältnis nicht ausgespielt wird, ist relativ kurios eigentlich. Okay, wir haben noch zwei offene Fragen. Macht da jemand noch die Frage nach... Ja, da habe ich keine Antwort. Die Frage nach den kollektiven Hausaneignungen, Übernahmekosten... Das geht natürlich schon. Also ich glaube, wenn das Angebot hoch genug ist, ja, nur der Verkäufer kann jeden, also dieses Privat, diese Coup, der heilige Coup des Privateigentums, ist halt, ja, der kann auch wem anderen verkaufen. Nur ich könnte mir meine Wohnung natürlich nicht leisten zu kaufen, ja. Also ich wohne... Nicht nur einen Hausanteil kaufen. Also ich bin ein Begünstigter eigentlich. Wir wohnen auf 130 Quadratmeter zu dritt und zahlen 615 Euro Miete. Das ist ein Mietvertrag von 1987. Gründerzeithaus, Belletage, 4,80 Meter hohe Räume, keine Zentralheizung, ja. Wenn ich mir das jetzt... Wenn ich diese Wohnung jetzt kaufen würde, würde ich wahrscheinlich ungefähr im neunten Bezirk 400.000 Euro dafür zahlen müssen. Habe ich überhaupt nichts davon. Also warum sollte ich? Warum sollte ich Eigentum schaffen? Wir haben jetzt noch ein großes Programm. Wir haben eine riesengroße Baustelle gesammelt an Themen, wo an Paradigmen zu arbeiten ist weiter, wo mit konkreten Instrumenten nochmal sich näher auseinandersetzen zu ist. Ich würde jetzt euch beiden noch ein letztes, die Möglichkeit geben, einen für ein Schlusswort. Und dann haben wir noch den zentralen Programmpunkt, um es für heute zusammenzuschließen. Vielleicht schon erste Strategien auszuarbeiten. Das wird dann... Da werde ich dann das Wort an die Fanny übergeben, wie die Strategieerarbeitung dann konkret ablaufen kann. Das ist alles schon eingeplant. Also... Aber vielleicht habt ich würde sagen, grüne Dächer sind individuell fürs Haus kein Problem mehr. Ich persönlich finde, die Stadt Wien als Kommune hat die Verpflichtung, für die Leute, die hier sich bewegen, wohnen, tagsüber hier sind oder wie auch immer, entsprechende Grünflächen zur Verfügung zu stellen. Die Grünen haben sie bei vielen Flächen, die irgendwie frei geworden sind, dafür eingesetzt, dass die Stadt Wien das ankauft und Grünflächen entstehen. Das ist leider sehr schwer umzusetzen gewesen. Die Stadt hat nicht gekauft. Also das ist heute für wichtiger, weil das ist für alle zugänglich. Ein Dach da oben ist wahrscheinlich für mich nicht jederzeit zugänglich und für andere auch nicht. Das ist heute für ein Nachteil. Wie wohl natürlich, ökologisch gesehen, Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen sehr von Interesse sein. Das ist überhaupt keine Frage. Zwischennutzung. Im 16. Bezirk hat es in den letzten Jahren jede Menge kleinere und größere Zwischennutzungen gegeben. Gott sei Dank sage ich. Und der Verein, der es gemietet hat, war in der Regel die Blitzbetreuung. Das haben dort zum Teil, also ich kann nicht alles auch beleben. Ich habe zwei Kinder und wie gesagt einen Beruf, aber ich war bei vielen Sachen auch dort. Und muss sagen, es hat sehr viel selbstbestimmtes Leben dort gegeben. Dann zu den Indikatoren. Wie kann man dazu kommen, dass die Preise irgendwie sinken? Man muss halt überlegen. Also wenn ich mir eine Gemeindewohnung in Schweden anschaue und eine Gemeindewohnung in Wien, ist ein großer Unterschied. Da ist kein Verfließtes, Einbaubad, da liegen die Leitungen einfach in einen Kabelkanal. Das ist nicht schlecht unter Umständen. Aber es ist ein anderer Standard. Das ist ein kleines Beispiel. Aber ich meine, das kann die Wohnungen billiger machen. Die Garagen habe ich schon genannt. Es ist die Frage eben, was für Bauverfahren führt durch? Wie ist die Ausstattung? Welche Baumaterialien verwende ich? Es ist ganz egal, was ich jetzt, also wie dick ist die Mauer gedämmt? Welche Fenster habe ich? Ja, das gehört alles dazu. Was kostet die Erschließung des Grund und Bodens? Und im 21. und 22. wird jetzt sehr viel für Umwidmung vorbereitet. Da haben die Grünen auch darauf geschaut, dass die Bauern, die einen späteren Grüngürtel, also deren Grund ein späterer Grüngürtel sein wird, dass die das selber kriegen, wie die anderen, wo dann Bauland sein wird. Ich denke mal, das ist auch wesentlich für die, die jetzt dort verkaufen und auch für die, die später dort wohnen werden. Weil für uns insgesamt sind die Wohnungen wichtig, der Grüngürtel ist auch wichtig. Und also diese grünen Schneisen, die auch entsprechend Grünversorgung sein sollen. Also ich denke mal, da gibt es viele, viele, viele Faktoren, wo ich jetzt nicht die Spezialistin bin. Das habe ich auch nicht erhielt. Aber da kann man schon daran drehen. Und zwar eben schon von der Planung an. Ja, ich sage nur diese zwei Dinge, die mir so am einfachsten und am wichtigsten erscheinen. Das eine ist Zwischennutzung gratis, jederzeit. Also sobald irgendwas leer steht, vielleicht kann man sogar einen kleinen Antrag irgendwo stellen, wann das wichtig ist für die Stadt Wien. Man sieht ein leerstellendes Lokal beantragt, dass wenn es nicht genutzt wird, dass man es gratis zur Verfügung hat. Und zur Monatsfrist haut man es, weil es beschleunigt die Vermietung davon. Das zweite wäre mir tatsächlich wichtig, so eine Strafrechtsänderung, dass Leute, die zu hohe Mieten mehrfach verlangen, also Wiederholungstäter sozusagen, dass die zumindest, ja, dass die Strafen zahlen müssen dafür, weil das ist eigentlich total nicht einzusehen, dass das geht. Und das dritte ist halt zu schauen, wo sind ähnlich Betroffene. Also zusammenschließend im Schöpfwerk, glaube ich, gibt es so eine Initiative, wo Leute schon über das von den Betreuungen hinausgehende mögliche Mitbenutzungsmöglichkeiten einfordern. Und ja, wahrscheinlich muss man das Gesellschaftsklima insgesamt ändern und muss diese Form von von alles muss irgendeinen Wert haben und alles muss profitabel sein, insgesamt ein bisschen öfter in Frage stellen. Der nächste Räumungstermin in der Pizzerie ist übrigens der 28. Juli. Nein, Juni. 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 Juli. Ja, genau. Also wer sich aktivistisch betätigen will, soll dort hinkommen. Die Homepage, hast du so im Kopf, oder? Genau, kann man bei der grünen Bildungswerkstatt, glaube ich, erfahren, wenn man es jetzt vergisst hat bei den Veranstaltern, ja. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke allen. Dann gibt es viel zu tun. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.